Hier, bei dieser Leuchtschrift, fängt die Palliativstation des Kantonsspitals Olten an. Vielen Leuten ist der Begriff Palliativ zwar bekannt, aber so richtig vorstellen, was auf dieser Palliativstation abgeht, können sich nur wenige etwas. Eine Palliativstation ist primär auch eine Station im Spital und wir betreuen bei uns schwerpunktmässig Patienten, die eine fortschrittene, in der Regel unheilbare Erkrankung haben, die die Aussicht auf eine Heilung nicht mehr gegeben ist. Das sind vielfach Krebspatienten, das können aber auch Lungen- oder Herzpatienten sein, neurologische Patienten. Ich bin diplomierte Pflegefachfrau und arbeite auf der Palliativstation. Ich habe mich für den Bereich Palliativcare entschieden, weil es für mich zentral ist, den Patienten ganzheitlich zu betreuen. das heisst für mich Beschwerden, Wünsche und Sorgen vorzunehmen, aufzunehmen und mit Hilfe vom interdisziplinären Team den Patienten und seine Angehörigen so bestmöglich zu begleiten. Grüße. 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 Wie geht's? Besser seit der Sonne da ist. Die Schmerzen sind auch besser. Die sind auch besser, ja. Wie geht's euch? Ja, es ist halt nicht einfach, oder? Verstehe ich. Braucht ihr etwas von unserer Seite her? Ein Gespräch oder etwas? Was haben Sie so? Ich könnte mich Seelsorge anbieten. Mal, gell. Wenn das etwas wäre, würden Sie für ein Gespräch vorbeikommen. Oh, gell. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, das wäre wichtig. Er braucht das auch. Dass er auch Unterstützung hat. Dann würde ich das organisieren. Und dann kommen Sie im Verlauf des Tages vorbei. Also gut. Ihr meldet euch, wenn ihr etwas braucht, wenn die Schmerzen wieder kommen und ich komme nachher wieder vorbeischauen. Ist das in Ordnung so? Ja, das ist gut. Also, für euch. Ja, ich bin gut. Gut. Dann bist du später. Alles Gute. Alles Gute. Ich arbeite hier auf dieser Palliativabteilung, seit sie gibt. Also seit sie gemacht worden ist. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass man hier als interdisziplinäres Team eigentlich den Patienten im Fokus hat. Also bei uns kommen die Leute und sind an einem Punkt, wo sie sehr krank sind, häufig schon ganz viel erlebt haben. Und bei uns kommen wir zu ihnen, also wir nehmen sie ins Zentrum. Sie können sagen, an was man wirklich arbeitet oder sollte arbeiten. So Frau Müller. Und dann dürft ihr noch ein Entspannungsplan, dann lege ich Schmerzen. Ist gut. Dann hoffe ich gleich aufstehen. Und das Ziel der Betreuung bei uns ist primär, dass wir versuchen, die Lebensqualität wieder zu verbessern, dass der Patienten wohler geht und dass sie vielleicht auch nochmal nach Hause gehen können. Ganz viele haben Angst, dass die Palliativstation eine Sterbestation ist. Und wenn es da hinter die Leuchtschrift mal gegangen sind, dass sie nicht mehr rauskommen, weil sie sterben müssen. Es muss niemand bei uns sterben. Man darf bei uns sterben, wenn es soweit ist. Ein pinkes Röhrchen wäre noch eine Idee. Ja, das finde ich schön. Um orange und rot zu piken. Ja, also. Das kann man sich gut vorstellen. Ja, super. Und sie sagen einfach, wenn es zu viel wird, übernehme ich wieder. Das ist gut. Das macht nichts. Man kann auch korrigieren. Was uns spannend ist, ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Disziplinen. Es ist nicht so, dass auf der Pflege das alleine lastet, sondern dass wir das Team gemeinsam hinschauen können. Und manchmal ist es eine Mahltherapie oder eine Physiotherapie, die etwas darin bringt, was wirklich für das Wohl des Patienten sehr wichtig ist. Also, wir schauen noch einmal, dass ihr noch einmal die Farbe riechen könnt. Wir riechen noch einmal mehr. Das ist schon wahnsinnig. Wie man sich selber riecht. Schade, dass das nicht im Bild noch riecht. Ich selber arbeite sehr gerne hier. Es geht bei uns nicht immer nur ums Sterben, sondern es geht primär ums Leben. Wir versuchen den Menschen in dieser letzten Lebensphase noch sehr viel Lebensinhalt zu geben. Das ist jedes Mal wieder anders. Es ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber weil wir sehr teamorientiert arbeiten, macht das eben auch sehr viel Spass. Ich muss das nicht alleine tragen. Wir tragen das zusammen als Team. Es bleibt fertig. Macht es Freude. Ja. Es erinnert mich gerade an das letzte Mal, dass ich einen getrunken habe am See. Wir haben ein tolles Team und machen das gerne für alle unsere Patienten und auch für alle unsere Angehörigen. Ich finde es immer wieder eindrücklich, was wir alles erreichen können mit den Patienten zusammen. Das heisst, was wir mit den Patienten alles ermöglichen können. Noch Wünsche erfüllen können. Wünsche können sie zum Beispiel noch einmal nach Hause gehen und wir so im ganzen Team am gleichen Strick ziehen. Und wir versuchen das dem Patienten zu ermöglichen. Ich glaube, ich kann von uns sagen, dass wir sehr bestrebt sind, dafür zu sorgen, dass die letzten Wünsche in Erfüllung gehen. Oder wenn es nicht mehr reicht zum Austreten, dass man bei uns ganz würdevoll auch sterben kann. Wir erleben traurige Sachen, wir erleben aber auch ganz viele schöne Sachen. Und wir haben vor allem einen sinnvollen Job. Ich möchte Sie alle begrüssen zu diesem Rundtischgespräch. Mein Name ist Junge, ich bin der leitende Arzt von der Abteilung. Und ich werde das heutige Gespräch führen neben mir ins Profil. Sie ist im Moment in der Bezugspflege eingesetzt und hat sie die letzten Tage betreut. Sie haben uns gesagt, sie möchten eigentlich gerne noch einmal nach Hause gehen. Ja, gerne. Ich sehe einfach das Problem hier mit der Infusion. So kann ich nicht nach Hause. Ja. Ich würde Ihnen empfehlen, dass ihr einfach die Spitex aufstocken, dass sie dreimal täglich kommen. Und das wird der Junge nachher sicher auch noch sagen. Wegen der Infusion könnten wir auf eine Pumpe wechseln oder so ein kleines Täschchen haben. Und das bedient die Spitex nachher. Da hat ihr nichts zu tun. Und damit ihr auch etwas entlastet seid, wenn das für euch so stimmt. Ja. Die Angehörigen sind nämlich auch ein wichtiger Teil in der Palliative Care. Die kommen meistens zu kurz und werden vergessen im Alltag. Und wenn wir die Angehörigen nicht gut einbeziehen, dann können die auch nicht zu ihren Liebsten schauen. Doch, eine Frage habe ich schon noch. Wegen dem Betreuungsplan wird der noch aktualisiert. Und wenn ich mehr Hilfe brauche, wo melde ich mich hier? Was mache ich hier am besten? Genau, wir sind letztes Mal schon so einen Betreuungsplan bekommen. Den würden wir dann nochmal zusammen anschauen, auch noch zusammen mit der Stationsärztin. Was hat sich jetzt geändert, auch wegen den Medikamenten. Das müssen wir überarbeiten und dann geben wir ihnen den neuen Plan mit. Und, ja, brauchen Sie noch Unterstützung? Nein, für mich ist alles rund. Es gibt auch viele schwere Situationen, die wir auf der Station erleben. Vielmal sind das junge Patienten, Patienten, die Kinder haben. Das ist auch für das Team dann immer schwer, das zu tragen und mit diesen Situationen umzugehen. Und ich schätze hier sehr, dass wir so ein gutes Team sind. Und dass es immer Platz hat, diese Situation zu besprechen. Und dass es hier einen grossen Stellenwert hat, dass es auch uns als Team gut geht. Und wir das als Team tragen können. Denn nur so können wir auch gut zu den Patienten und den Angehörigen schauen. Und wir sind das auch gut. Und wir gehen uns dann mit dem Angehörigen. Und wir gehen uns dann an, wir gehen uns dann an. Und wir gehen uns dann an, wir gehen uns dann an. Und dann werden wir uns dann, wenn wir uns dann ein bisschen weiterentwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020